Endlich, das Baby ist da! Sophia und Carl Philipp von Schweden sind Eltern. Heute, am 19. April um 18.25 Uhr erblickte der royale Nachwuchs das Licht der Welt. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, hielten die Eltern während der Schwangerschaft geheim. Und auch jetzt, kurz nach der Geburt, ist über das Geschlecht des Babys noch nichts bekannt. Während Carl Philips Schwester Viktoria im März mit dem kleinen Oskar zum zweiten Mal Mutter wurde, ist es für ihn und Sophia das erste Kind. Dementsprechend war die Geburt für das Paar sicherlich ziemlich aufregend. Noch viel aufregender wird jedoch wohl die erste Zeit mit dem kleinen Sprössling. Aber mit Madeleine und Viktoria haben die beiden ja zwei richtige Profimütter an ihrer Seite. Und so kann wohl nichts schief gehen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, wünschen der kleinen Familie alles Gute und warten ganz gespannt auf das erste Foto des mit Sicherheit ziemlich niedlichen Babys. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.